Hallo liebe SKS-Fans, ich möchte euch heute unsere Explorer Expedition Serie vorstellen. Das sind unsere Bikepacking Taschen. Ich fange vorne an mit der Bar-Bag, dann haben wir die Frame-Bag und die Saddle-Bag. Die Bar-Bag mit Spacern für den Abstand zum Lenker, die Frame-Bag mit großer Tasche auf der einen Seite und zwei kleinen Taschen für schnellen Zugriff zum Beispiel zu Werkzeug und Minipumpe, die Saddle-Bag mit optionalem Radschutz und der Radschutz mit werkzeugloser Montage. Wir starten mit der Bar-Bag. Diese hat ein Fassungsvermögen von 9 Litern und die erste Befüllung nehmt ihr vor, bevor ihr die Tasche am Lenker montiert. Die beiden dicken Straps befestigt ihr rechts und links vom Vorbau. Ein dritter Strap kann optional um das Steuerrahr befestigt werden für noch mehr Stabilität. Dieses kleine knopfartige Ding, was ihr hier seht, ist ein Ventil. Wenn ihr die Tasche also schließt, könnt ihr so die übrige Luft entlassen und dann das Ventil einfach zudrehen. Genau das mache ich jetzt mal. Das heißt, ich fange einfach auf der einen Seite an, die Tasche einzurollen und mache dann am Ende den Clip zu. Das Ganze wiederhole ich auf der anderen Seite und merke auch schon, dass in der Tasche noch relativ viel Luft ist. Das heißt, ich öffne das Ventil und drehe dann die Tasche weiter ein, während ich die Luft aus der Tasche rausdrücke. Jetzt kann ich die Tasche auch auf der anderen Seite noch weiter einrollen, damit es auch gleichmäßig ist. So passt die Tasche nun super an den Lenker. Wenn ihr sie zum ersten Mal nutzt, müsst ihr noch schauen, wie viele Spacer ihr zwischen Lenker und Tasche setzen möchtet, damit die Tasche euch beim Lenken eben nicht stört. Ihr fädelt den Strap einfach oben und unten durch den Spacer ein. Ich habe für mich hier nun drei Spacer genommen und mache die Tasche dann mal fest. Bei den Straps, egal bei welcher Tasche, liegt immer die gummierte Seite am Rahmen bzw. hier am Lenker an. Das bietet noch mehr Halt und schützt euch auf Verkratzern. Klemmt bei der Anbringung die Brems- und Schaltleitungen nicht ein und achtet darauf, dass alles noch frei beweglich ist. Die Straps könnt ihr dann nach Belieben und Bedarf kürzen. Was bietet euch die Tasche noch? Neben den reflektierenden Streifen könnt ihr hier in die Laschen zum Beispiel Klemmlichter einhaken. Und selbst im befestigten Zustand kommt ihr auch noch an das Ventil, wenn ihr die Tasche am Lenker mal öffnet. Wie man den optionalen dritten Strap befestigt, zeige ich euch jetzt auch noch. Der kommt nämlich um das Steuerrohr. So, hier auch die gummierte Seite am Rahmen. Macht diesen Strap nicht zu fest, sodass eure Lenkperformance nicht eingeschränkt wird. Wir machen weiter mit der Frameback. Diese fasst 4 Liter und hat auf der einen Seite einen großen Reißverschluss. Auf der anderen von euch dann linken Seite sind zwei kleine Taschen, zum Beispiel für eine Mini-Pumpe und ein Mini-Tool. Oder auch für Geld und Schlüssel. So kommt ihr auf jeden Fall schnell dran und müsst nicht erst wühlen. Die Befestigung der Tasche ist auch ganz, ganz einfach. Je nach Rahmengeometrie. Ich habe hier einen recht kleinen Rahmen. Könnt ihr noch ein oder zwei Flaschenhalter montieren und die Straps auch kürzen. Das Ende steckt ihr dann in so kleine Taschen. Ein vierter Strap ist für euer Sattelrohr. Die gummierte Seite wieder zum Rahmen und kürzen hier natürlich auch möglich. Wir machen weiter mit der Saddleback. Ich habe den Radschutz erst einmal demontiert. Das zeige ich euch gleich noch. Die Saddleback fasst 13 Liter und wird mehrheitlich vom Sattel gehalten. Diese Schlaufen fehlend ihr von unten, also von innen nach außen um die Sattelstreben. Schließt dann den Klickverschluss und zieht die Backaufspannung. Ein dicker Klettstrap wird für noch mehr Stabilität um die Sattelstange befestigt. Den könnt ihr dann bei Bedarf auch noch kürzen. So schaut das nun aus. Wie verschließe ich die Tasche? Das ist genauso wie bei der Barbeck. Ich rolle sie einfach zusammen. Da auch hier noch Luft in der Tasche sein kann, ist auch ein Ventil vorhanden. Da kann ich die Luft einfach rauslassen. Dann mache ich auch hier den Klickverschluss zu und ziehe den Gurt auf Spannung. Ein tolles Feature ist der Gurt auf der Tasche für zum Beispiel eine Jacke oder einen Schal. Ich drücke noch mal die Luft raus, mache das Ventil zu und bin dann auch hier mit der Saddleback fertig. Wie eingangs erwähnt, habe ich den Radschutz demontiert. Das Ganze geht werkzeuglos und ist mit ein paar Handgriffen erledigt. Die Schrauben, die quasi in die Tasche hineinschauen, sind natürlich mit genug Material gepolstert, sodass hier keine Gefahr besteht, dass euer Inhalt beschädigt wird. Ein weiteres Zubehörteil ist der Tragegurt. Der ist wirklich sehr praktisch. Den könnt ihr einfach an den dafür vorgesehenen Ösen einmal vorne befestigen, also einfach einhaken. Und hinten haben wir dann auch eine Öse. Genau. So könnt ihr die Tasche dann einfach über die Schulter werfen und jederzeit dann mitnehmen. Hier seht ihr die Tasche dann noch einmal mit Radschutz am Bike. Wie gesagt, bei gutem Wetter einfach demontieren. Wenn wir dann mehr zu sehen, dann können wir auch um Wasser bis zum Jeren missääßen. Du bist ein Cage süßende. Wir haben zuISTABen Cies. Untertitelung des ZDF, 2020